Willkommen zu Feuisi FEDERAL, das ist der wöchentliche Talk auf dem Nebelspalter, direkt aus dem Café FEDERAL gegenüber dem Bundeshaus. Wir reden eine Sprache über aktuelle Themen. Heute ist bei mir zu Gast Matthias Ebischer, SP-Nationalrat Kanton Bern, Mitglied der Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen, auch Beteiligung am Mediengesetz, ein Medienmann, ursprünglich bei SRF. Willkommen, dass Sie gekommen sind. Wir reden heute über zwei aktuelle Sachen, etwas brandaktuell, nämlich die Abstimmung über das Covid-Zertifikat oder über das Covid-Gesetz, um genauer zu sein. Und dann die nächste Abstimmung, Mediengesetze im März, wenn wir schon ein bisschen anschauen, um was es dort geht. Vielen Dank für den Besuch. Und wir nehmen einen Wattländer Wissen. Ursprünglich hat das Wattland zum Kanton Bern gehört, von dem her... Ist das nicht mehr so? Nicht mehr ganz. Merci für den Besuch. Ja, ähm... Der Wein ist immer noch gut vom Antländer, auch wenn er nicht mehr zu Ben geht. Sehr gut. Jetzt sind wir bald in der heissen Abstimmungsphase über das Covid-Gesetz. Sie setzen sich ein für das Gesetz. Man soll ja stimmen am 28. November. Was sind die wichtigsten Argumente, wofür das Gesetz sprechen? Ja, also ich stimme natürlich so, wie ich im Nationalrat gestimmt habe. Und das ist ja... Also da bin ich nicht der Einzige gewesen, der so gestimmt hat. Sondern es haben 169 fast alle im Sternenrat. Alle, ohne, zu null, ohne Enthaltungen. Und ich bin überzeugt, dass das das Richtige ist. Wir haben ja ein Epidemie-Gesetz, das man schon vor 15 Jahren drüber abgestimmt hat. Und ich meine, dann müssen wir uns über die Gesetze halten. Und ich bin sehr überzeugt von dem Weg, den die Schweiz eingeschlagen hat, mit dem Epidemie-Gesetz, so wie das gelaufen ist. Ich bin auch sehr zufrieden, wie es gelaufen ist die letzten anderthalb Jahre. Und jetzt muss man nicht kurz vor Schluss, ich würde sagen, jetzt mal kurz vor Schluss, dann muss man sagen, wir sind unzufrieden oder so. Es geht ja nicht um das Gesetz selber. Es geht jetzt um die gesetzliche Version vom letzten März. Also dort ist noch das Covid-Zertifikat drin. Das ist vor allem das Wichtigste. Aber wir haben ja noch ganz viele andere Verbesserungen gemacht. Härtenfallregelung ausgebaut, Kultur, Sport besser gestellt, verlängert. Und ja, also ist da voll und ganz hinter dem Gesetz. Jetzt steines Anstossens von den Referendumsgegner oder der Gegner des Gesetzes ist das Zertifikat, oder? Das hat man eingeführt und man hat es dann ausgeweidet im September. Man wollte offiziell Druck machen, damit mehr Leute gehen impfen. Aber ist eigentlich nicht so wahnsinnig viel gelaufen. Ja, jetzt sind wir ein bisschen bei einem springenden Punkt. Wir haben ja das 3G-Zertifikat. Also man kann entweder geimpft sein, man kann genesen sein, aber man kann auch getestet sein. Und ich finde, das ist ein sehr gutes Zertifikat. Also darum stehe ich ja voll dahinter. Dass jetzt viele Leute sagen, es sei ein Impfzwang oder weiss ich was, das kann ich nicht nachvollziehen. Das ist es definitiv nicht. Also es ist ein Zertifikat 3G vom März und darum stehe ich voll dahinter. Aber man hat ja schon ein wenig, hat Herr Bersi gesagt, man will mit dem Zertifikat auch dafür sorgen, dass mehr Leute sich impfen gehen. Ja, es hat ja verschiedene Versuche gegeben, vom Bund die Leute zum Impfen zu animieren, weil die Schweizerinnen und Schweizer sind ein bisschen defensiver als andere Länder. Ja, das ist einfach so. Wir sind im Moment bei 65 Prozent. Erst zwei Drittel sind jetzt geimpft zweimal und das ist einfach sehr wenig im Vergleich zu anderen Ländern. Und jetzt auch die Impfwoche, die hier ist lansiert worden, mit den Konzerten und so weiter, das hätte ja alles nicht so richtig funktioniert und auch das Zertifikat hat jetzt nicht so einen wahnsinnigen Druck gemacht, dass die Leute sich impfen gehen. Die Schweizerinnen und Schweizer die sich selber überlegen, ob sie das wollen oder nicht und die finden das gut so. Ich habe auch Verständnis, möchte ich sagen, ich will mich nicht impfen. Das ist für mich auch okay. Aber warum ist denn, es sei ja der Weg aus der Pandemie, das Zertifikat, sagt Herr Bersi. Ja. Warum ist er denn da, wenn es nichts bringt? Ja doch, natürlich. Also ich gehe zum Beispiel, ich habe zwei IB-Saison-Karten. Ich habe seitdem das Zertifikat da ist, kann ich die IB-Matchen schauen. Und ich weiss, im Stadion sind alle Leute drei gegeben. Also sie entweder geimpft oder sie haben es schon gehabt oder sie sind testet worden vor dem Stadion. Das begrüsse ich natürlich sehr. Ich habe kulturelle Anlässe gehabt. Das ist wirklich super. Da muss ich wirklich sagen, für das haben wir es gemacht. Und wir können ins Ausland reisen mit dem Zertifikat. Das ist schon etwas ganz Wichtiges. Oder es ist weder nämlich keine Chance. Und darum, also das Zertifikat ist nicht einfach schlecht oder so, sondern man kann es brauchen. Jetzt sagen die Gegner ja, aber es bringt ja nichts. Die Fallzahlen steigen, weil Geimpfte ja auch andere Geimpfte auch anstecken können, oder? Weil das ja, glaube ich, das hätte man aber ein bisschen überschätzt. Ja. Also das ist natürlich jetzt schon ein wenig an den Haaren herbeizogen, weil man schaut, wie viel das von denen, die sich anstecken, geimpft sind. Das ist ein ganz kleiner Prozentsatz. Also ich glaube, in welchem Bereich sind wir da? Zwei, drei Prozent. Und alle anderen sind nicht geimpft, die sich angesteckt haben. Also es gibt Impfdurchbrüche, das ist so. Also wo krank werden, oder? Ja, also dass man krank werden kann, ob schon, dass man geimpft ist. Aber es sind ganz, ganz wenige. Fast alle, die sich heute anstecken, sind einfach nicht geimpft. Ja, also das ist so. Die, die die Impfung verhindern die schweren Verläufe, oder darum sind ja die Hospitalisationen auch tief. Und da muss ich ja sagen, ich finde die Impfung darum auch gut, oder? Aber die Fallzahlen steigen ja trotzdem, oder? Gibt Gegner sagen, das nützt nichts, wenn man auf Fallzahlen schaut, das nützt etwas, wenn man auf die Spitäler schaut. Also die Fallzahlen steigen im Moment in der Schweiz noch gerade nicht so, wie im Ausland. Also Dänemark zum Beispiel hat ja alles aufgehoben, hat gesagt, wir gehören zum Altagouren, hat jetzt wieder zurückkehren. Und in der Schweiz hat man gesagt, schaut auf Dänemark, wenn wir dann die Impfquote haben, wird alles gut. Ja, ja, also da habe ich nicht dazugehört, sondern es muss einen eigenen Weg gehen, da bin ich ganz klar der Meinung. Aber es zeigt mir jetzt einfach, wenn die Fallzahlen steigen in anderen Ländern, Österreich führt 2G ein, Deutschland hat so Bundesländer und mit 2G bereits kommen. Also sind wir nicht so schlecht unterwegs. Also bei uns will niemand 2G in der Schweiz und wir, klar, müssen wir die Massnahmen wieder verschärfen, wenn die Zahlen weiterhin so steigen, wie sie im Moment gerade steigen, die letzten drei Tage. Aber, also, ich möchte einfach noch etwas grundsätzlich sagen, oder wir sind sehr gut unterwegs in der Schweiz. Und was jetzt mich, es macht mich wirklich fast ein bisschen traurig, das Gestürme, den wir jetzt haben, die Grabenkämpfe, die wir haben zwischen den Leuten, die sich nicht wehigen gehen und denen, die schon geimpft sind, die das Zertifikat haben, das stört mich. Also das, was die Schweiz ausmacht, ist eigentlich die basisdemokratischen Diskussionen miteinander zuzuhören, so wie wir jetzt, oder vielleicht nicht immer die gleichen Meinung sind. Aber meine Aufgabe ist, die Frage zu stellen. Nein, das ist ja so. Und dann gibt es irgendetwas, da tut man es sonst mehr. Also gibt es eine Abstimmung hier in der Schweiz, das ist ja das Schönste. Wir sind ja das Einstige Land, das das macht. Und dann geht man wieder zur Tagesordnung über. Manchmal gehört man zu den Gewinnerinnen und Gewinnern und manchmal zu den Verliererinnen und Verlierern. Und im Moment ist das ein wenig abhanden gekommen. Also die, die von Covid-Idioten reden, das kann ich überhaupt nicht machen. Es redet mich wahnsinnig auf. Und es hat bei den Leuten, die da zum Teil demonstrieren auf dem Bundesplatz, oder, hat es ganz viel, die sich einfach nicht wollen impfen lassen. Und denen muss man auch zuhören. Und die sollen mir mal erklären, warum nicht, kann das nachvollziehen. Ich finde auch, man muss kein Impfobligatorium machen in der Schweiz im Moment. Es hat natürlich auch ein wenig Komische darunter, das ist klar. Und dann muss man vielleicht ein wenig weniger zuhören. Ich höre dann auch zu, aber irgendwann laufen ja davon, oder? Wenn jemand das Gefühl hat, es kommen noch die Aliens und so, ja, dann muss ich auch irgendwann sagen, jetzt kommen wir nicht mehr auf eine normale Diskussionsbasis. Aber im Grundsatz finde ich, dass beide Seiten auch ein wenig auf die Bremse stehen können. Also die Extremen, die für das Zertifikat sind und die Extremen, die gegen das Zertifikat sind. Das bringt uns nicht hin. Ja. Von linker Seite gibt es auch Widerstand, oder? Gibt es so ein wenig das Argument, ja, das Zertifikat führt man ein und das wird dann bleiben, man wird es für eine Grippe anwenden oder wir müssen alle sechs Monate dann uns boostern oder so. Was halten Sie von diesem Argument? Ja, es gibt natürlich schon auch Argumente. Oder sagen wir jetzt mal so, man muss es schon genau anschauen, oder? Es gibt zum Beispiel, wo der Datenschutz wird kritisiert, oder? Ja, exakt. Mit dem Covid-Zertifikat und da bin ich natürlich auch drauf. Also ich will nicht, dass man irgendwie mehr jetzt rausfinden will, dass ich überall war und wollte, dass ich das Zertifikat gezeigt habe und ob es jetzt noch gültig ist oder wenn es abläuft. Ich finde, da hat jeder sein eigenes Recht zu sagen, ob er das sagen will oder nicht. Und das ist schon, also dort müssen wir drauf sein. Also ich bin nicht einfach Zertifikatsbefürworter und tue die Augen zu, sondern wir müssen das genau begleiten, aber das machen wir ja im Parlament. Wir tun ja jede Session, schauen wir, braucht es? Ist das, was der Bundesrat beschlossen hat, ist das gut? Wie tun wir es im Gesetz aufnehmen? Müssen wir das Gesetz noch ein wenig abändern? Wir haben ein paar Sachen müssen anders machen, als der Bundesrat hat wollen, weil wir hatten das Gefühl, das sei jetzt besser, zum Beispiel im Sportbereich ist so ein typisches Beispiel oder im Kulturbereich. Medien hat zum Beispiel der Bundesrat am Anfang auch anders machen und dann hat dann das Parlament gesagt, nein, das finde ich mir nicht gut, wir machen es ja so. Und das finde ich eigentlich, das muss ich auch sagen, es funktioniert hier in der Schweiz sehr gut. Man hat in dem Gesetz sehr viele Sachen im Bundesrat übertragen, oder? Man hat sehr viele Kannformulierungen gemacht. Ich frage das fast jede Person, die da sitzt, ist das Ihnen wohl dabei, die Verschiebung von Kompetenzen, letztlich von euch, vom Parlament zum Bundesrat? Also es hat für mich so, also ich sage jetzt nicht einfach ja, nein, es hat für mich so, also es hat für mich verschiedene Phasen gegeben, oder? Also klar haben ja wir gewusst, was in dem Epidemie-Gesetz steht, so ungefähr und so, aber wenn das nachher mal zum Tragen kommt, das ist ja noch nie zum Tragen kommt. Das hätte ja niemand können. Das hätte ja niemand können, dann hätte man müssen schauen, was passiert jetzt, oder? Und dann hat plötzlich der Bundesrat der Leid übernommen. Das ist natürlich als Parlamentarier ist das nicht so geäbig, wenn man plötzlich merkt, aha, was ist jetzt los? Also wir haben ja in der ersten Phase gerade keine Sitzungen können dürfen machen. Wir sind nach Hause, oder? Ja, und dann hat man gesagt, also jetzt müssen wir, glaube ich, Sitzungen machen, wir müssen auch den Bundesrat kontrollieren, das ist unsere Aufgabe, also wir sind ja die Volksvertreterinnen und Volksvertreter. Und dann haben wir gemerkt, jemand sagt, wir können keine Sitzungen machen, dann haben wir gesagt, nein, das sagen wir, ob wir Sitzungen machen oder nicht. Aber es hat gerade so eine kleine Anlaufphase gebraucht, oder? Und dann, als die Anlaufphase ist vorbei gewesen, jetzt läuft alles wieder in geordneten Bahnen. Und jetzt ist es mir wohl. Also der Bundesrat macht etwas mit den Kannformulierungen, also er sagt, also die Kannformulierungen jetzt so brauchen, dass ich etwas mache. Und dann in der nächsten Session bereits kommt das Parlament und sagt, finden wir das gut oder finden wir das nicht gut, dann wird es noch korrigiert. Muss man das irgendwann einmal beenden? Also muss man das Covid-Gesetz, muss man das wirklich irgendwann einmal sagen, gut, das war's, die Ankerkrise ist vorbei, wir gehen wieder in Normalmodus mit dem Epidemiengesetz und ohne Notrecht? Es wird nicht, ich glaube, es wird nicht der Tag kommen, wo man einfach den Buben tut und sagt, jetzt ist wieder alles in früher, sondern es ist eher, ich glaube, es ist eher, dass man sagt, wir probieren es jetzt, also jetzt geht nicht, weil jetzt steigen die Zahlen wieder, und zwar massiv, oder? Also jetzt verdoppeln sie sich, innerhalb von zwei Wochen haben sich die Zahlen verdoppelt in der Schweiz. Jetzt sind wir gerade in einer schlechten Phase. Aber wenn sie vielleicht gegen Frühling wieder abnehmen, oder schon nach Silvestre, Neujahr wieder abnehmen, dann kann man irgendwann sagen, also jetzt probieren wir es, jetzt machen wir die Locken, oder ein bisschen wie Dänemark es gemacht hat. Dänemark ist jetzt vielleicht ein bisschen reingeschossen, kann man sagen, aber erst im Nachhinein, weil wenn es jetzt nicht hoch wäre, wenn es jetzt die vierte, fünfte, sechste Welle nicht gibt, dann kann man irgendwann ausprobieren. Und ich bin schon der Meinung, das kann man dann machen. Jetzt einfach gerade nicht. Und 2G haben Sie selber angesprochen, ist in Österreich eingeführt worden, in Deutschland teilweise Thema. Es gibt Leute, die sagen, wenn die Abstimmung durch ist, kommt das auch in der Schweiz. Ich bin ganz klar gegen 2G. Weil 2G heisst ja dann schon für die, die es noch nicht hatten, dass sie sich impfen müssen. Und da bin ich völlig dagegen. Ich finde, der Test ist immer noch die Möglichkeit, dass ich überall gleichgestellt bei denen, die geimpft sind oder denen, die es schon gehabt haben. Das ist für mich etwas ganz Wichtiges. Und auch zum Beispiel bei den Hochschulen, da setze ich mich auch dafür ein, dass die, die in die Hochschulen gehen, dass die Tests zahlt werden von den Hochschulen. Ich bin ganz klar der Meinung, wir haben kein Impfobligatorium in der Schweiz. Es kann sich jeder selber entscheiden, ob er will oder nicht. Und man darf nicht künstliche Hürden jetzt machen, in der jetzigen Phase. Und 3G am Arbeitsplatz? Auch das hat man schon gehört, schon diskutieren. Ja, ich finde einen Arbeitgeber, wenn er jetzt sagt, ich will auf Nummer sicher gehen, das kann man ja eh nie, oder? Und dann sagt er, also dann machen wir das 3G, dann sollen wir die Tests zahlen. Das ist klar meine Meinung. Und sonst eben Tests sind ja kostenpflichtig, seit Mitte Oktober, wenn ich es richtig im Kopf habe, also 10. Oktober. Das hat auch nicht dazu geführt, dass die, die sich bis jetzt nicht geimpft haben, sich impfen lassen. Irgendwie kommt einfach nicht weiter. Ja, das ist klar. Man könnte ja auch das sich zeigen und sagen, ja gut, in der Schweiz funktioniert das halt einfach nicht, wie in Israel oder Dänemark. Also man kommt schon weiter, aber nur langsam. Ja, okay. Und eigentlich muss ich auch noch ein bisschen sagen, oder wenn ein Teil von Covid-Idioten reden und die, die sich nicht impfen wollen, und so weiter. Man kann auch ein bisschen sagen, das ist eigentlich noch gut. Also wenn da von oben irgendetwas kommt, tut die Schweizer Bevölkerung überlegen, ist das gut, brauche ich das, will ich das, muss ich das? Ich muss ja noch nicht. Also habe ich auch die Welle. Und das finde ich gut. Also ich werde das eher positiv. Aber es werden immer mehr. Also das Fass kann sich nicht mehr entleeren, sondern die, die sich impfen, die das Fass füllen. Und irgendwann sind wir ja bei 70 Prozent. Endes Jahr vielleicht sogar schon bei 75 Prozent. Wir müssen bei 80 gewesen sein, sagt Alain Berset. Ja, ja. Und niemand weiss, warum 80. Ja, ja, das ist richtig. Also am Anfang, ich habe mich noch genau gesehen, als es angefangen hat, hat man gesagt, die Durchsuchungsrate müsse bis 60 gewesen, hat die Spezialistin und Spezialisten gesagt. Und dann habe ich auch gedacht, warum 60? Irgendwann hat man von 70 gesprochen und jetzt ist man bei 80. Ja gut, das ist in dem Virus, ich habe manchmal das Gefühl, das, was man wirklich weiss, ist auch relativ dünn. Und ich wollte es auch den Expertinnen und Experten auch nicht anlasten, weil die lernen auch ständig dazu. Wir lernen ständig dazu. Oder irgendwie. Ja. Also es ist ganz normal. Also ich meine jetzt eine Prozentzahl nennen, wenn, dass wir sagen, wir probieren, sitzen wieder ohne Massnahmen, das ist irgendwie nicht vernünftig. Also muss ich sagen, sondern man muss ja dann schauen, wie sich Zahlen entwickeln. Also wenn wir bei 75 Prozent sind, noch nicht bei den berühmten 80 und wir fast keine Ansteckungen mehr haben, dann wird niemand sagen, wir warten bis 80. Sondern er sagt, jetzt probieren wir es einmal. Jetzt in dieser Impfwoche sind ja die Impfzentren überrennt worden mit Leuten, die einen Booster wollen. Die dritte Impfung, die man auch weiss, glaube ich, die nimmt den Schutz ab und es sind ja Leute, die Risikogruppen sind. Zeigt das nicht, dass vielleicht auch in der Schweiz der Schutz vor Risikogruppen vielleicht besser funktioniert als eine allgemeine Impfung vor allem? Also die Leute das besser verstehen, oder? Die Zahlen, die habe ich jetzt nicht präsent, ob die Risikogruppe, wie viel Prozent, dass das für Risikogruppen geimpft ist. Aber ich muss jetzt ein bisschen sagen, oder? Weit über 80 oder fast 90? Eben, okay. Aber einfach, ich sehe das bei meinen Eltern, die sind beide über 80 und die sind natürlich bei der Risikogruppe. Für die ist es eigentlich klar gewesen, sobald es die haben können, haben sie sich geimpft und jetzt ist der Booster im Gespräch, weil es eben doch Impfdurchbrüche bei der älteren Generationen gibt. Also hätte ich gesagt, wir wollen das Risiko nicht unnötig eingehen. Jetzt habe ich denen geholfen, dass sie sich impfen können. Also im Computer alles eingehen, gerne wieder Termine. Und das ist, ich glaube, das ist so ein bisschen das normale Vorgehen der ältesten Generation. Wunderbar. Risikogruppe führt uns gerade ins nächste Thema, nämlich zu den Medien. Ja, jetzt, sie sind wesentlich Beteiligt gewesen an dem Mediengesetz, an dem Ausarbeiten von dem Mediengesetz und es nimmt mich Wunder, wie sie jemandem auf der Strasse erklären, warum sie jetzt das braucht. Die doch grosse Summen an Subventionen, wo man spricht, für Medienhäuser, wo es eigentlich gar nicht so schlecht geht. Es kommt auch ein bisschen darauf an, wie alt es die Person ist, die man uns erklären muss. Oder wenn es eine ältere Person ist, dann kann sie fragen, welche Zeitungen es nicht mehr gibt, die sie in den letzten 40 Jahren gelesen hat. Und dann will sie mir etwa fünf, sechs Zeitungen aufzählen, dann kann ich sagen, wir haben eine Medienvielfalt, die hier in der Schweiz schwindet. Also es werden immer weniger Meinungen, die in den Medien präsentiert werden. Und das ist eigentlich schlecht. Also ich sage immer, der Gradmesser von der funktionierenden Demokratie, das ist Medienvielfalt, wie viele Medien gibt es, wie viele verschiedene Meinungen lädt man zu. Und wenn man das abnimmt und es hat massiv abgenommen in den letzten 20 Jahren, dann muss man etwas machen. Ja, es hat auch zugenommen. 20 Minuten hat es nicht gegeben. Diverse Online-Medien hat es nicht gegeben. Also ich finde auch noch ein paar Medien, die es neu gibt. Ja, natürlich. Das ist schon ein neues Medium, das es gibt. Aber also die, die weniger sind, ist eine massiv höhere Zahl. Also die Medienvielfalt schwindet. Und wenn man nichts macht, werden irgendwann noch zwei, drei grosse Konzerne werden sagen, was man zu denken hat oder was man zu lesen hat in der Schweiz. Nicht gerade, was man zu denken hat oder was man zu lesen hat in der Schweiz. Und das tut dann schlussendlich das Denken natürlich beeinflussen. Und das finde ich nicht gut. Also wir haben totalitäre Länder, totalitäre Staaten, wo es eins Medium gibt, beziehungsweise eins, zwei Late Medium gibt. Und das ist superschlecht. Das wollen die nicht. Darum haben wir jetzt das Medienpaket, das ist übrigens geschnürt, das tut bisherige Medien zeitig unterstützen und zwar schon so wie bis jetzt. Indirekt? Indirekt. Ob man dem indirekt sagt, dann ist es mir eigentlich gleich. Also die bekommen einfach gleich Geld wie bis jetzt. Ein wenig mehr. Also bei der Zustellung. Vor allem wird nicht nur, bis jetzt sind nur die Zeitungen unterstützt worden, die in Briefkasten sind gekommen. Und eine Zeitung, die um 12 Uhr in Briefkasten kommt, nützt niemand mehr. Also jetzt wird auch die frühe Zustellung unterstützt auf die Sonntagszustellung, weil die Leute lesen seit etwa 30, 40 Jahren auf Sonntag Zeitungen. Also wieder. Das hat schon vorher die Sonntagszeitungen gegeben. Also das ist mal der Eintritt auf dem Päckchen der zweite Zeit Online Medien, wo man unterstützt mit 30 Millionen jährlich. Und nachher gibt es noch Projektförderung. Also das geht ja vor allem um die Ausbildung und Qualitätsförderung bei den Medien. Fernseher, Radio, Privatradio, Privatfernsehen, wo mehr Geld bekommen oder dass man die Meinungsvielfalt hat. Also und ich finde das Medienpaket wirklich, das ist ein super Paket. Man muss den Leuten einfach erklären, um was es geht. Jetzt haben die grossen Verlage im Jahr 2020 trotz Corona-Krise oder vielleicht wegen, es hat ja dann auch noch etwas für die Verlage drin gehabt, 300 Millionen Franken Gewinn gemacht. Warum sollen die Verlage Geld bekommen? Das ist eine gute Frage. Das ist natürlich jetzt etwas, was mich als linken Politiker lange umgetrieben hat. Also wie machen wir ein System? Welche Medien unterstützen wir? Jetzt wenn ich natürlich auf einem weissen Papier hätte dürfen, wenn ich der König wäre. Es gibt ja keine König in der Schweiz. Dann hätte ich es natürlich noch etwas anders gemacht. Aber schlussendlich hat man in der Medienkommission, KVF wie sie heisst, hat man natürlich diskutiert, was ist eine faire Lösung? Wie wollen wir es machen? Weil schlussendlich haben wir gesagt, jede Zeitung, die am Morgen zu den Leuten kommt, ist eine gute Zeitung. Und jetzt tun wir mal nicht primär schauen, wer hat die geschrieben und wer verdient an dieser Zeitung. Und jedes Online-Portal, das zu einer neuen Medienvielfalt beiträgt oder einer erhöhten Medienvielfalt beiträgt, ist ein gutes Online-Portal. Und jetzt muss man einfach schauen, welche unterstützen wir, wie tun wir es unterstützen? Und gerade im Online-Bereich zum Beispiel haben wir lange diskutiert, sollen die Verlage, welche ja auch viele Leute, ich lese ja auch heute die Zeitung als E-Paper, oder? Also auf dem iPad oder auf dem iPhone, im Computer. Also soll man die unterstützen? Und jetzt hat man gesagt, wir tun die unterstützen, aber wir tun natürlich die kleinen in den abgelegenen Randregionen von sprachlichen Minderheiten prozentual viel, viel mehr unterstützen, als die grossen. Aber jetzt haben Sie natürlich das Problem, wenn Sie die Verlage oder wenn Sie sozusagen das Angebot unterstützen, dann spielt keine Rolle, ob das, was die schreiben oder produzieren, überhaupt nachgefragt wird, oder? Also ist jetzt eigentlich eine zentrale Frage, die da ist, warum tut man dann nur die unterstützen, die Abonnentinnen und Abonnenten haben? Die beweisen mir, dass es eine Nachfrage gibt. Also wer Abonnentinnen und Abonnenten hat, der beweist, dass sein Produkt gefragt ist, dass seine Qualität gefragt ist, was auch immer. Das müssen wir ja nicht kontrollieren. Es wäre auch sehr schlecht, wenn man das kontrollieren würde, sondern wir sagen einfach schon bei den Zeitungen, bis jetzt in den letzten 150 Jahren hat man schon bei den Zeitungen gesagt, wer Abonnentinnen und Abonnenten hat, die eine Zeitung zahlen, dann unterstützen wir das, dass das in Briefkasten kommt. Aber es lenkt auch ein Spendenbutton, oder? Man hat das gesehen. Plötzlich haben alle Gratis-Medien irgendwo einen Spendenbutton gemacht, weil sie nach diesen Subventionen lechzen. Also letztlich tut man das Geld... Ich muss noch nicht sagen, wenn ihr jetzt ein Online-Portal macht, das beginnt zu schreiben und ihr macht einen Button nach jedem Artikel, das ist ja so etwas das englische Modell, oder? Gartin hat es, glaube ich, so, wenn ich mich nicht täusche. Und dort holt ihr eine Million oder zwei Millionen pro Jahr rein, dann müsst ihr sehr gut sein. Also wenn nach jedem Artikel die Leute sagen, der Artikel ist mir jetzt ein 5LiBer wert, oder ist mir jetzt 10 Std. wert, oder jetzt habe ich in letzter Zeit drei, vier geschaut, jetzt zahle ich wieder mal einen 50er, dann seid ihr sehr gut. Aber man holt es dann eben im Bundesamt für Kommunikation? Nein, nein. Ihr müsst zuerst gute Qualität machen, wo die Leute sagen, für das zahle ich etwas. Und wenn ihr jetzt in einer Sprachregion eine rätoromanische Online-Plattform macht, oder italienischsprachige, und das, wenn ihr Leute, das Potenzial, wenn ihr Leute habt, dann hat er die Chance, Unterstützung bis 60% vom Bund zu bekommen. Genau. Und das finde ich super. Ist denn nicht Gefahr, dass man dann für die Unterstützung vom Bund schreibt, und nicht mehr für die Leserinnen und Leser? Das könnte ich schon probieren. Also probieren Sie. Das wird nicht funktionieren. Nein, aber ich meine, wenn ein Online-Portal macht nur mit der fixen Idee, er will Bundesgelder abholen, er muss zuerst Kundinnen und Kunden gewinnen, die sagen, das, was du schreibst, ist gut, für das zahle ich pro Jahr etwas. Und das merken dann Kundinnen und Kunden, wenn er nur schreiben will, dass er Bundesgelder abholen kann. Es hat ja gerade auf der linken Seite auch noch Jacqueline Padran in einem Interview mit mir die andere Idee gebracht, dass man eben auf die Nachfrageseite investiert. Also dass man einen Gutschein gibt, den Leuten, und den können sie einsetzen, wo sie wollen, um wirklich unabhängig zu sein. Weil es ist einfach nicht schön, der direkte Geldfluss vom Staat zu Medien. Es ist nicht ein direkter Geldfluss, es ist ein indirekter Geldfluss, das werde ich hier ganz klar sagen. Und ich meine, Jacqueline Padran, die Idee von Jacqueline Padran ist ja nicht ihre Idee, es ist ja Roger Schawinski seine Idee beziehungsweise. Ja, ja, und noch ein paar Professoren hat er noch. Ich finde das natürlich eine super Idee, muss ich jetzt sagen. Die Idee von Jacqueline Padran oder von Roger Schawinski, den Leuten Gutschein geben, wenn sie diese einlösen wollen, wenn sie diese irgendwo einlösen wollen, ist eine gute Idee. Aber ich muss noch sagen, wenn ihr das machen wollt, dann müsst ihr unser ganzes Mediensystem umkrempeln, und zwar krass umkrempeln. Wieso? Ja, nein, ist ja klar, es ist nicht so einfach. Also das kommt mir vor, wie wenn man eine Schu-Reform macht. Dann kommt jemand und sagt, ich finde die Schuhe in der richtigen Situation ähnlich, so wie sie jetzt ist, ist nicht gut. Und das ist natürlich eine schwierige Diskussion. Also wir sind im Moment an der Feineinstellung. Das Medienpaket ist nicht etwas wahnsinniges Neues, sondern es ist eine Feineinstellung. Ich habe diesen Gutschein-Antrag unterstützt. Ich finde das gut, aber den muss man länger vorbereiten. Da kann man nicht einfach zu schnell sagen, jetzt machen wir das Gutschein-System. Das muss man auch so. Das ist ja, ich würde es mal sagen. Was ist denn die Schwierigkeit? Also technologisch ist das... Das ist eine Planung von jemandem, bis das sich rafft tritt. Okay. Geht das etwa 10 Jahre. Sagen jetzt eben. Nein, das muss doch schneller möglich sein. Ja, nein. Jetzt haben wir ja die Covid-App nehmen und dort einen QR-Code draufschicken, den man dann beim Nebelspalter einlösen kann. Also neuer technische Lösungen für das, findet man doch. Ja, wir reden nicht von Technik, sondern wir reden von der Politik, wir reden vom System und dann muss es irgendwann... Nein, das muss ein Gesetz geben für das. Ja klar, also... Ja, also wie lange hat das Gesetz? Wir sind so lange im Business, jetzt möchten wir sagen, das kann man von heute vor machen. Ja, der Rekord ist die Umsetzung der Bundesbeschluss zur Kohäsionsmilliarden. Der hat genau drei Wochen gedauert. Also... Nein, nein. Die Idee von der Kohäsionsmilliarden, die ist irgendwie 10, 15 Jahre. Und leg es an. Haben wir auch. Es ist am Schluss gescheitert, aber... Gescheitert? In drei Wochen hat man es durchgepaukt, oder? Und nachher am Schluss... Ich hätte natürlich auch zwischig gerne, weil unser System ein bisschen schneller gehalten. Aber ein gutes System, das man als neues Gesetz fordert, das noch just zu leisen. Ich finde, das kann man jetzt mal machen. Das kann man parallel machen. Es gibt auch schon Ideen und so weiter. Aber das braucht etwa 10 Jahre, bis es nachher kraften wird. Meine Befürchtung ist, bei so Subventionssysteme, weiss ich von der Landwirtschaft, oder? Dann tut man es alle paar Jahre, sagt man, man tut das Subventionssysteme verfeinern. Dann wird es komplizierter. Niemand checkt mehr... Das ist jetzt ganz schlimm. Der Bundesrat. Niemand checkt mehr, wie es funktioniert. Und ähm, der Bundesrat niemals und vielleicht noch ein paar Beamten und die, die die Subventionen in Empfang nehmen, oder? Und dann wird es immer kompliziert und man wird es nie mehr los. Es ist hochkomplex. Und wir werden nie zu einem guten System kommen. Also, das kann ich jetzt auch noch sagen, oder? Also, in dem Gesetz steht, dass man nach sieben Jahren... Ja. Nein, nein. Aber das ist ganz wichtig. Nach vier Jahren fängt man schon an, zu überprüfen, ob das funktioniert, oder? Es ist ja im Moment, sagt man ja, wir sind in der Übergangsphase, also wir tun zum Teil noch das Papier unterstützen. Das lesen in der Schweiz immer noch Millionen von Leuten jeden Tag eine Papierzeitung. Also, wir tun das weiterhin unterstützen. Wir tun aber die Online... Es hat auch Leute gegeben, die haben gesagt, ihr wollt nur eine Online- Förderung in der Kommission, sonst mache ich nicht mit. Also, wir machen das Online-Förderung investieren. Und die Projektförderung ist eigentlich unbestritten gewesen. Und das Radio-Privat, Radio-Privat-Fernseher haben mehr Geld bekommen. Aber dann hat man ein bisschen geschaut, was wollen wir jetzt machen? Und das ist ein System, das man entwickeln muss. Wir müssen ja vier Jahre schauen, ob das noch adäquat, was wir machen. Und das finde ich gut. Aber wissen Sie, irgendeine Subvention, die zeitlich begrenzt gewesen ist und dann nicht verlängert worden ist? Also, ich sage jetzt mal, ich kann mir gut vorstellen, dass seit 20 Jahren die Post-Zustellung der Zeitung nicht mehr unterstützt wird vom Bund. Vielleicht schon in zehn Jahren nicht mehr. Das nimmt sicher ab, weil es ist ein Fakt. Es lesen immer weniger Leute auf Papier die News. Ja, und wichtiger gibt es vielleicht. Eben, das müssen wir machen. Die Medienverleger werden nie mehr Geld von den Abonnenten machen. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Also, wir schauen, ob wir die Konzentration auf einzelne Verläge, ob man das stoppen kann, ob es wieder mehr Publikationen geben wird. Wie zum Beispiel der Nebelspalter, wie hier in Bernd-Hauptstadt, wie andere Medienportale. Wo zum Vornein sagt, wir wollen das Geld. Das Projekt Hauptstadt ist ja nur das Geld zum Bund. Nein, nein, das ist nicht so. Also, die kommen sicher auch, also die haben jetzt Nota-Berne, nur noch eine gute Qualität. Ja, natürlich. Also, ich bin überzeugt von diesem System. Ich sage, es ist austariert und wir schauen nach vier Jahren, ob es noch adäquat ist, wenn wir hier jetzt ins Papier investieren bzw. der Bund das Papier oder die Zustellung unterstützt oder gehen wir online fördern. Jetzt könnte man auch sagen, es ist eine Umverteilung und zwar von denen, die keine Medien konsumieren und das ist doch relativ viele Leute, gemäss der Studie hier von Uni Lugano, ein Drittel von den Leuten, zu denen, die die Medien konsumieren. Und das ist doch eine Umverteilung von Leuten, die weniger verdienen, zu Leuten, die mehr verdienen. Das ist natürlich eine Grundsatzfrage, die ich mir als Politiker stelle. Wollte ich, dass möglichst viele Leute Medien lesen, dass sich möglichst viele Leute informieren, dass sich möglichst viele Leute durch die Medien auch bilden? Also, will ich das oder will ich das nicht? Oder ist mir das gleich? Und für mich ist klar, ich will das. Ich will in einem Land leben, wo demokratisch ist, wo eine hohe Medienvielfalt hat, wo eine Medienfreiheit hat, Meinungsfreiheit hat. Also, jeder darf schreiben, was er will, mehr oder weniger. Und das ist für mich wichtig. Also, wenn ich irgendetwas sage, vielleicht so nach diesem Interview hier, dann gibt es vielleicht irgendein Medium, ein Online-Medium, wo sagt, er hat einen Vogel und ein anderer sagt, jetzt hat er es endlich mal richtig gesagt und so und das ist doch super. Also, so muss es sein. Wir müssen die Medienvielfalt zulassen. Genau, das wollte ich auch. Darum sind die Gespräche für alle zugänglich. Matthias Ebisch, vielen Dank für den Besuch und ein anderes Mal. Sonst wäre. Vorschläge, vielen Dank. Ja, gerne. Wir müssen dann noch eine変ämpfte, die wir jetzt machen. Das war's, wenn wir uns alle wiedersehen. Dann kommt es ein Bild aus. Dann kommt es einfach. Es kommt es einfach. Wir können nicht als ein Bild, dass wir uns alle wiederholfen. Vielen Dank.